Juhu, heute habe ich schon ein Blitzkinder aufgemacht und da hat er nochmal einen Schlüsselaufringer, der ist so cool, ganz schön, der war so schön, ja, ein Schlüsselaufringer, das habe ich mir schon lange gewünscht, juhu, jetzt habe ich es verkauft, ja, ja, ja. Was ist denn so ein Adventskalender, da kommt ein paar Sachen, die bleiben kaputt, ja, das geht weg in China und ein Jahr hat 350 Tage, keine Führung zu anziehen, was ist das, hm, nur 40 Tage, die ich Adventskalender, eine Adventsch, was ist das, Ein Jahr hat 350 Tage, und diese Sachen, die Spielzeuge, Schokolade, die werden schnell kaputt, oder Schokolade kann man essen, was ist das, Merkel-China-Spielzeuge tun wieder rein, die verarschenden Kinder, was ist das denn, eine Verarschung, blö, pö, was ist das, die Adventskalender, Äh, juhu, heute schreibt mich ein Wunschzettel an den Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, was wünsche ich mir von dem Weihnachtsmann, hm, Ach, ein völlig tolles Auto, das liebe ich, und alle Sachen, ne, 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 ein Handy, ja, die beiden Sachen, will ich mir von dem Weihnachtsmann, juhu, Ich habe gehört, dass man so einen Wunschzettel schreiben muss, als war ein kippen fetter Weihnachtsmann, das ist eine Verarschung von Coca-Cola, ein dicker fetter Weihnachtsmann, voll dick, wie ein Schwein, Weihnachtsmann, das ist eine Verarschung von Weihnachtsmann, und jetzt schweigen wir den Wunschzettel, und Weihnachtsmann sind unsere Elkern, die reden unter einem Kalinbaum, Geschenke, Weihnachtsmann, finden die dann, blö, diese Kinder glauben durch, mein Gott, was sind keine Kinder, und wenn uns dieses Video gefallen hat, dann macht den Daumen hoch, und abonnieren an meinen Kanal, nein, ich habe erst 180 Abonnenten, ich brauche 1000, bis ich ein YouTuber werde, ein YouTube Partner, Nö, nicht 1000, und was, weiß ich auch nicht, ja, und mach ein Abonnent, bitte man, tschö, und ein Like, dann freue ich mich, dann lebe ich auch den Weihnachtsmann, und schweig die Team, was, was ich, glaube ich klar nö, was ist ein kleines Gedan? Bye Bye! Wut? Wut? Wut?